Und weiter geht's mit einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, wir müssen uns hier in Indul ein bisschen umhören, weil es ist ja angeblich ein Mordanschlag geplant auf die Staatsoberhäupter von Uriah Moa-Aidin. Und da sollten wir uns jetzt ein bisschen umhören, ob hier irgendjemand was Verdächtiges gesehen hat oder irgendwas mitgehört hat. Genau, also werden wir jetzt mal schauen, vielleicht finden wir ja was heraus. Sag mal, ist dir irgendwas Verdächtiges aufgefallen? Ja, das haben wir schon gelesen. Ja, Mist, in der Tat was aufgefallen. Erzähl weiter. Da wurden irgendwelche bestiale stinkenden Zutaten an Bord des Adanischen Titanenschiffes gebracht. Der Gestank war so fürchterlich, dass er mir jetzt noch in der Nase liegt. Es wurden auch allerlei andere Sachen an Bord gebracht. Wundersame und eigenartige Delikatessen. Ich habe keine Ahnung, was sie damit anrichten wollen, aber es kann nichts Normales sein. Vielen Dank. So, die anderen scheinen eher auf der oberen Ebene zu sein. Hier muss noch irgendeiner rumstehen. Da vorne vielleicht, ja. Sag mal, ist dir irgendwas Verdächtiges aufgefallen in dem ganzen Treiben um das Gipfeltreffen? Hm, eine Sache kam mir in der Tat merkwürdig vor. Da war so ein Nopon, der gefragt hat, wo bei uns giftige Substanzen gelagert werden. Ich habe dir natürlich gesagt, dass es sowas hier nicht gibt. Da ist er dann schließlich wieder gegangen. Aber ich habe gehört, dass er auch andere Ortskunden gefragt hat. Wer weiß, was der im Schilde führte. Irgendwie gruselig, oder? Okay. Dann gehen wir... Ah, ich glaube, dass ich hinten in das Lager rein muss, weil es hier auf der unteren Ebene ja noch ist. Dort hinten ist übrigens das, ja, Flüchtlingslager sozusagen. Wo die verschiedenen Völker sind. Hier liegt auch schon wieder eine Quest. Mei. 260 Meter. Aber eigentlich in die Richtung. Könnte ich auf dem Bootssteg dort sein. Ah, da kommt ganz unten, okay. So, Olinda. Tja, vielleicht hegen die Adjana dubiose Absichten. Bewundern würde es mich nicht. Aber ich kann dir versichern, dass wir Urania nichts im Schilde führen. Königin Rakura steht zu ihrem Wort. Und wir vertrauen unserer Königin. Wenn sie eine Waffenruhe befiehlt, dann legen wir die Waffen nieder. Von daher gibt es keinen Anlass zur Sorge. Ach, so ist das. Ungleicher würde ich allerdings auch bis zum Tode gegen die Adjana kämpfen, wenn sie es befehlt. Ihr tut gut daran, dies nicht zu vergessen. So, da haben wir dort hinten noch was gesehen. Auf dem anderen Bootssteg. Oder Anliegesteg. Hey, schau, was ich gefunden habe. Okay, wir haben wieder einen Reisepunkt. So, ein Unfug. Hier passiert nichts Verdächtiges. Es gibt nichts zu befürchten. Das Gipfeltreffen wird hier an Bord des Titanen-Schlachtschiffs abgehalten. Angriffe von außen sind undenkbar. Diese Tür ist der einzige Zugang zum Schiff und wird nur kurz vor dem Treffen der Königin Rakura geöffnet. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir kein einziges verdächtiges Individuum durchgelassen. Daraus folgt, dass auch ein Angriff von innen nicht zu befürchten ist. Vielen Dank. So, dann würde ich sagen, schauen wir, ob wir uns hochporten können. Genau, dann können wir die gleich hier abklappern. Und wo sollst du? Lass uns gehen. Oh ja, mir ist definitiv etwas Eigenartiges aufgefallen. Da war diese riesengroße Holzkiste, die an Bord des Titanen-Schlachtschiffes gehievt wurde. Sie sieht auch auf der Inventarliste, sie steht auch auf der Inventarliste, darum denken all meine Kollegen, das wird schon nichts dabei sein. Aber ich sehe das anders. Wofür braucht man so eine riesen Kiste? Da fragt man sich doch wirklich, was da wohl drin ist. Okay, wie können wir das da raufliefern lassen? Ah, keine Sorge, das Adernische Titanen-Schlachtschiff ist extrem gut gepanzert. Ich würde sagen, im ganzen Hafen gibt es keine einzige Waffe, mit der man es ernsthaft beschädigen könnte. Außerdem werden nur außerlesende und vertrauenswürdige Individuen an der Konferenz teilnehmen. Ich wüsste nicht, wie irgendein Miesetäter auch nur in die entfernteste Nähe der Hoheiten gelangen sollte. Ja, es liegt eine Menge Spannung in der Luft, aber ich glaube nicht, dass man sich wirklich Sorgen machen muss. Okay, hier ist dann noch einer. Wenn du nach verdächtigen Aktivitäten suchst, bist du bei der Adanischen Armee aber an der falschen Adresse. Die Sonderwacheinheit Kavrak, die direkt seiner Majestät untersteht, wurde hierher nach Indul gesandt. Diese eine besteht aus Elite-Soldaten, die seiner Majestät absolute Treue gesporen haben. Sollte hier in Indul tatsächlich etwas Verdächtiges vor sich gehen, dann also sicherlich bei den Urianern. Bei denen weiß man nie, was sie gerade denken oder als nächstes planen. Herzlichen Dank. Okay, jetzt haben wir noch eine. Ronatio. Beim jetzigen politischen Klima kann jederzeit irgendwas Schlimmes passieren. Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem dieses scheußliche Titanisch-Schlachtschiff wieder abzieht. Der bloße Anblick dieses Schiffes ist ein Schandfleck für unsere schöne Stadt. Ich bin mir sicher, alle aufrichtigen Bürger von Indul sehen das genauso. Können Moaeddin und Uriah nicht einfach ihre törichten Kriege beenden und sich dem Willen von Indul beugen? Hm? Okay. Okay, dann müssen wir nochmal zum Gasthaus. Und so ein bisschen ausruhen. Wir haben jetzt eine ganze Menge Infos gesammelt. Ja, und eine Menge davon war totaler Quatsch, aber es gab auch Gerüchte, an denen was dran sein könnte. Dann sollten wir die ganzen Infos mal sortieren. Oh, spielen wir jetzt Detektiv? Ich liebe Detektiv-Spielen. Zunächst mal Grundfrage klären. Wer plant dreistgarstigen Angriff auf Gipfeltreffen? Wissen wir doch schon. Ist Ex-Operpon Banner Meisterpon schon vergessen? Nu, Tora ist kein Dummkopf. Natürlich nicht vergessen. Ist nur traditioneller Ablauf für Detektivarbeit. Erst grundsätzliche Infos auflisten. Kluge Schlussfolgerungen. Und finden von Antwort dann Arbeit von RexRex. Schön, dass mich mal wieder keiner fragt. Befassen wir uns also mit den nächsten Prämissen. Wo wird das Gipfeltreffen abgehalten? Und da ist ein Titanen-Schlachtschiff. Es findet an Bord der Titanen-Schlachtschiff von Moor Aydin statt. Richtig. Wir wissen auch, dass Banner ein Attentat plant. Die nächste Frage wäre dann wohl, wie er es verüben will. Vergiften will. Die haben ja Gift gesucht. Könnte sein, dass er die Leute alle vergiften will. Gut möglich. Das Schiff ist gepanzert und bewacht wie sonst was. Da bleibt ja fast nur noch Gift. Er könnte also echt versuchen, das Essen zu vergiften oder so. Dann würde als nächstes die Frage stellen, wann und wo das Gift zugeführt werden soll. Jetzt muss das Hauptgericht auf der Konferenz sein. Bestimmt will er das vergiften. Da sagst du was. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die feinen Damen und Herren ihr eigenes Essen zubereiten. Ich würde Moor und Bridget ja schon gerne mal beim Kochen zusehen. Irgendjemand hatte auch erwähnt, dass eine Menge seltsame Zutaten an Bord gebracht wurden, oder? Ich erinnere mich. Dubiose Riesenkiste war auch dabei. Ob diese stark riechende Zutaten dazu gedacht waren, den Geschmack und Geruch vom Gift zu überdecken? Bingo, das klingt verdammt logisch. Dann bleibt also nur noch die Frage, wer das Gift zum Essen hinzufügen wird. Hm, lasst mich nachdenken. Die Truthans? Vielleicht diese Truthans? Die von denen das eine Mädchen erzählt hat. Fiese Banner hat schon mal Truthans zweckentfremdet. Hat für Herstellung von künstlichen Klingen eingespannt. Ich sehe ihm auch ähnlich, da ein Truthans sicherlich preisgünstiger als eine professionelle Assassine wäre. Ist ja alles schön und gut, aber denkt ihr im Ernst Truthans haben auch nur die geringste Ahnung vom Kochen? Äh, ja. Das würde mich allerdings auch wundern. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns langsam nur noch im Kreis. Wenn wir schon wissen, dass irgendwer das Essen vergiften wird, sollten wir direkt zum Schlachtschiff gehen. Stimmt, so oder so sollten wir uns beeilen, wenn wir das Attentat stoppen wollen. Dann steht da an. Alle Freunde husch husch zu Mammfalle von Titan Schlachtschiff Tora hat gesprochen. Mhm. Ist Tora der Chef? So, ich hoffe mal, dass wir da ohne Probleme reinkommen werden. Aber ich denke mal, dass die blöden Soldaten uns daran hindern werden. Ich denke mal, müssen wir vielleicht irgendwie einen anderen Weg da rein finden. Jetzt ist es offen hier. Maschieren wir nochmal ganz gemütlich rein. Alles klar. Da ist die große Kiste. Hangar. Waffenkammer. Okay, dann hätten wir schon wieder einen Reisepunkt. Das ist aber nicht der Schiff, auf dem wir schon mal waren, oder? Ziemlich am Anfang von dem Spiel. Ziemlich am Anfang von der Schiff, auf dem Spiel. Was ist das? Dump! 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 Das Essen ist Dump! 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 Wir sprechen über die Zeit! Schnell, sie holen! Ja! Okay. Das wird ein Geheimnis in den Park. Ich war nie der typische Worte. Was stgliere! Steiner! Th gli stoi? Mod ث avail! Wovend hab ich denn hier! Wir sind wieder für zweit hier! Was ist das für ne Scheiß schon wieder? Ja! Wir haben es Unter sir. Die Zeit lassen sich doch runter und durchs définig! Scheiß nicht! Nur war sie und haben Couldn´t! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. In case geht er eigentlich. Natürlich Ah, einer ist da. Da sind die auch noch knacken. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja Nur ein paar Küchen. Ich dachte, dass sie nicht viel zu tun waren. Dann ist diese Füße eigentlich... D-d-d-d-lilicious! Ich kann das alles immer essen essen! Was ist ein Freund zu tun? Das Essen ist sehr günstig. Das Essen ist jetzt zu spüren. Entschuldigung! Wir haben wirklich gedacht, dass sie da jemanden sind. Mörder? Was ist diese Nase? Die Freunde sprechen! Ich brauche eine Kompensation. Die Freunde haben keine Ahnung, wie viel Zeit und Geld sie auf dem... Eine Explosion? Von woher? Von woher? Hei, was passiert? Die Explosion in der Hager! Genau, als die Leute mit der Rekurowart zu kommen waren... Es ist wirklich schlecht! Die Rekurowart ist hier. Das ist es! Rex, wir müssen sich schnell anziehen! Ja. Kann ich jetzt die Gruppe ändern? Hey, 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 warte! Hey! No running away! Kompensation! We're back! All friends return safely! Na, kann ich nicht ändern? Komm, wir nehmen jetzt mal ihn hier rein. Ich würde ihn einfach mal ausprobieren. Oder, nee, wir machen es anders. Wir bleiben so. Nehmen aber dann... Poppy mit rein. Oder Thora, weil einen Heiler habe ich ja auch noch parat. Ich muss mehr kämpfen. Ich muss mich stärker sein. W- W- Von Güte zu Güte. Ich denke, ich werde direkt in sein. Ich denke, ich werde direkt in sein. Oh, eine große Herausforderung. Aber ich werde es machen. Okay! 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 Wollen wir das jetzt knacken? Okay! Okay! What are you? Oh, he comes with Dinkin Cunning. Who are you, villain? Is this some underhanded Ardainian trick? Wrong! But also right! Truth is complicated! Das haben wir irgendwie schon eine Lektion erteilt. Das Gild von Ungell gehört zu Banner, bis zum Schroo, das Schroo von Feuer. Bleib es, Banner! Du, Rex! Nein, Banner, nicht Banner, dass Rex nicht mit den Plänen interfere. Wieder und wieder, Banner, nicht für das! Masterpon, das Artificial Blade! Was ist denn Massenvernichtungswaffe? Ich bin der Bader. Ich bin der Bader. Ich bin der Bader. Ich bin der Bader. Wenn Bader einfach zu tun, dann nicht mehr. Die Bader ist ein Schock! Ich weiß, wir können Sie das nicht machen. Ihr denkt, dass du die Macht von einer großen Giga-Rosa schaffst? wir können wieder die Gruppe nicht ändern, das ist doch scheiße, wenn wir jetzt die zweite Angriffen Awww chill Das war's. Ich bin noch nieben. Das war's für heute. 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 Und ich hoffe, dass wir die dann schon besiegt haben. Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.